Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker, im sechsten Part, wir befinden uns im Forsaken Fortress und wir haben unser Schwert verloren. Ihr Schwert landet all the way up here. Shot. I'm sorry, I apologize, I guess my aim was off by a little bit. Hey hey, the look on your face priceless. Hey hey, I slipped the stone into your pocket just before we fired you over there. It's no ordinary stone, Ida. I can see what you're doing through this stone and visually you can hear me through it. So if you see A, you'd better press that button. I've put the stone on your quest status screen. Press start and use L or R to scroll around. It's pretty basic. Hey, but listen carefully, I need this back after you save your sister, so don't go losing it, you understand? Okay, we'll speichern mal kurz. Jip. Aber wir können das ja nur mit der Roll-Attack am Arsch machen, wenn überhaupt. Aber, ich glaub das geht hier nicht. Wo ist denn das zu schreien? Oh, ich hab das Gefühl. Das ist ein bisschen tricky, Wad. Wow, okay, komm ich hier hoch. Mensch, muss ich erstmal da hinten hingehen. Schiss, dass die mich sehen. Mensch, die Tür nicht öffnen. Okay. Ähm, wohin jetzt? Ich weiß jetzt gerade nicht weiter. Obwohl, da hinten geht's weiter, jetzt sehe ich's. Okay, hier ist die Tür. Dann gehen wir da einfach mal rein. Schauen wir uns das mal an. Was soll das? Wieso entdeckt das denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht wieso, aber das Spiel hat sich gerade eben, als wir reingegangen sind, aufgehangen. Aber ich hätte ja zum Glück gespeichert. Ja. Das ist schon mal eine Tür. Okay, dann ist das so eine Art Dungeon. Cool. Oh lol. Hau, fack. Wie soll ich mich denn jetzt gegen die verteidigen? Alter, was sind das für welche? Verreizwachen. Hört sich voll gruselig an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh oh. Was sollte das denn jetzt? Ja genau. Hey. 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 Come on, what are you doing? If you start wandering around the place, as well regarded as that without any means of defense, you're bound to get carved. At the very least, you should see if there is anything nearby that you can use to hide yourself with. Think stealth. See what you can find around there and be quick about it. Time is short. Okay. sieht doch schon mal gut aus ja hammergeil, erzähl ich mir auch wirklich weiter oh hey 분명 und die in der blieb zurück surprised if a rundown cell like that didn't have a hole or two that you could use to warm you well out. . This is the case. They will go right or come in ... ... ... ... ... ... das jetzt funktionieren soll. Komm ich denn hier irgendwo durch? Ich muss mal suchen. Gibt es nichts, damit ich rauskommen könnte. Schöne Scheiße. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Vielleicht kann ich mich irgendwie durchdrücken. Nee, okay, kann ich nicht. Ich will mich hier ins Regal stellen. Vielleicht kann der Typ mir noch etwas zeigen. Oder sagen. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich muss mal mit dem Ferngas gucken. Jetzt habe ich denn noch so dabei. Cool, wir haben gar nichts dabei. Aber wenn ich, ach, damit kann ich die Fände, wenn ich das Ferngas rauskomme, kann ich ja auch mit dem Ferngas schlagen? Schade, aber ich kann mir ein bisschen blocken, das ist schon mal etwas. Das muss irgendwas mit der Kiste zu tun haben. Ach, ich habe es gerade gesehen. Hm. Das habe ich gerade gesehen. Oh mein Gott, wie konnte ich das denn übersehen? Sind hier irgendwo Wachen? Der Seite kann ich das also nicht aufmachen. Vielleicht ist das ja die Karte, obwohl wir ja eigentlich schon eine Karte haben. Du hast die Dungeon-Map. Press die Steuerhauts nach oben to view it. Green areas are ones you've visited. The flashing area is your current location. Tied the stick up and down to view other floors. Das hat mir nicht vorher auch schon die Karte. Ich weiche Sicherheit selber nochmal. Ich frage mich wo das Schwert sein soll, aber ich weiß jetzt mindestens wie ich mich verteidigen kann. Das Fernglas draußen habe. Das scheint alles safe zu sein. Oh klar, ich weiß nicht, aber das muss doch nicht wahr sein. Wow! Alter, da würde ich mich gerade erschrocken. Ich stehe hoch hoch. Oh oh! Scheine Kopf. Damage talk. I got a yellow rupee. That was 10 Rupees. Not too shabby. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Das war's mit The Legend of Zelda's Wind Waker. Wir sehen uns im nächsten Part.